Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns mal anschauen, wo die Spielortesticker der DFB Teamsticker-Kollektion zur EM 2020 von Ferrero zu finden sind. Damit begrüße ich euch zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir uns heute mal anschauen, wo die Spielorte Teamsticker von Ferrero herkommen, denn die gibt es nur in einem bestimmten Produkt und das seht ihr schon groß im Bild, das 750 Gramm Nutella-Glas von Ferrero. Die Sticker befinden sich, wie man hier schön sehen kann, oben im Deckel und pro Nutella-Glas bekommt ihr drei diese Spielorte-Sticker. Zwölf gibt es hier insgesamt davon und wir wollen heute mal schauen, welche wir in diesen beiden Nutella-Gläsern finden. Dazu müssen wir sie natürlich erstmal aus dem Deckel befreien. Ihr seht, hier ist so ein kleines Loch, in das man gut reingreifen kann. Dann kann man diese Pappe abziehen und die Sticker einfach rausholen und anschließend die Pappe wieder rein drücken, denn nur dann kann man den Deckel auch noch weiter richtig gut verwenden. So und unser zweites Nutella-Glas. So auch hier der Karton wieder in den Deckel rein und noch ein kleiner kostenloser Pro-Tipp, da ich immer wieder mitbekommen, dass sich Leute mit dieser Goldfolie schwer tun, einfach mit dem Fingernagel hier ansetzen, einstechen und dann einmal rumziehen. Und dann könnt ihr ganz einfach die Folie abziehen und habt auch keine Säuerei. Das aber nur am Rande, denn wir wollen uns natürlich in der Hauptsache die Sticker anschauen. Dazu schieben wir die beiden Gläser mal aus dem Bild und beginnen mit unserem ersten kleinen Heftchen mit drei Stickern. Ihr seht, vorne drauf steht es auch noch. Mit Nutella könnt ihr auch eine von 111 Reisen in eine Stadt DEM 2020 gewinnen. Die Frage ist jetzt, wie es dann aussieht 2021. So, den Aktionscode, der hier steht, halte ich mal zu, denn natürlich möchte ich da noch selber mitspielen. Und hier haben wir unsere drei Sticker Baku, Kopenhagen und London. Ihr seht, die Sticker im linken Bereich eigentlich immer gleich aufgebaut und im rechten Teil finden wir den Umriss des jeweiligen Landes, in dem der Spielort liegt. Dazu mit einem kleinen Ball auf der Karte markiert, wo genau sich die Stadt in dem jeweiligen Land befindet. So, das sind also unsere ersten drei Städte und jetzt hoffe ich natürlich mal, dass wir drei andere finden. Und es sieht ganz gut aus, da haben wir Amsterdam, Bilbao und St. Petersburg. Also haben wir sechs von zwölf Spielorten gefunden. Heißt, es braucht im Idealfall noch zwei Nutellagläser, wenn man allerdings doppelte findet, natürlich entsprechend mehr. Wenn man ohnehin fleißiger Nutella ist, ist das sicherlich kein Problem. Ansonsten ist die deutlich bessere und günstigere Variante, sich die restlichen Bilder über den Bilderdienst von Ferrero zu bestellen. Denn mit 25 Cent pro Sticker ist das deutlich günstiger als ein solches Nutellaglas. Noch der kurze Hinweis, die Joker Sticker bzw. die Joker Codes kann man nicht für diese Spielortesticker verwenden. Heißt also, man muss wirklich so lange Nutellagläser kaufen, bis man alle zusammen hat oder wie gesagt alternativ den Weg über den Ferrero Bilderdienst nutzen. Ja, das war der kurze und knappe Blick auf die Spielortesticker der Ferrero DFB Teamstickerkollektion zur EM 2020, um mal beim offiziellen Titel zu bleiben, auch wenn es dieses Jahr keine EM mehr gibt. Hoffentlich hat es gefallen und ihr habt alle Infos bekommen, die ihr zu diesen Spielortestickern braucht. Würde mich freuen, wenn ihr zum Abschluss nochmal aufs Däumchen nach oben drückt, wenn ihr bisher nicht geliked habt. Und wenn ihr auch künftig weiter Videos zu Stickern und Trading Cards schauen möchtet, dann abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke und dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video online geht. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.